Den neuen Bogen ausprobieren. Ja, wollte ich gerade auch mal machen. Wow, voll geil mit dem Brandpfeil. Schon down, du Schwächling. So, haben wir wieder ein bisschen Mutantenhaut. Hier kann man hochklettern. Ja, das ist glaube ich einfach nur hier das. Ja. Hier haben wir eine Tür, aber erstmal würde ich sagen, gucken wir uns hier den Raum an. Oh, aufpassen, da kommst du ein dicker noch. Ja. Oh, ruhig, ruhig. Kommst du doch nicht. Weg, Penner. Na klar, wenn er bleibt, kommst du einfach so hoch. Klar doch. Wow, nicht mehr hoch, kann man noch runter. Bleib weg. Du Arsch mit Ohren. Oder ohne Ohren. Oh, den hätte ich besparen können. So, da haben wir wieder ein bisschen Mutantenhaut. Warte mal, ich mach mir noch ein paar Brandpfeile. Alkohol. So, das sollte erstmal reichen. So, dann machen wir das mit den Brandpfeilen kombinieren. Dann das mit dem Rucksack kombinieren und auf die zwei. Hier ist das andere Loch, ne? Okay. Ah, hier ist ein Koffer. Ja, sind aber nur Klamotten drin. Was haben wir denn da? Oh, ich seh hier nix. Warum haben wir denn hier diese Löcher? Was haben wir hier hinten in der Ecke noch? Hier scheint nix mehr zu sein. Warte mal. Oh, drei Healybillis. Der ist da unten. Der liegt noch. Der ist da unten, der ist da unten. Sehr schön. Oh, wieder so ein Tor. Was geht hier? Nicht, dass das Tor nachher irgendwie zufällt oder so. Das wäre nämlich uncool. Oh, oh. Einmal da rüber und einmal hier runter. Hier haben wir was. Hier runter geht's auch, ja. Wollen wir erstmal runter? Ich gucke gerade mal hier oben. Hier geht's runter, da geht's runter. Komm, oder wollen wir erstmal hier gerade aus? Ne, wir gehen erstmal hier runter. Kann man doch ins Wasser springen, oder? Weiß ich nicht. Was hast du gemacht? Ich schneller. Was hast du gemacht? Ich schneller. Was haben wir denn hier alles? Haben Sie das besonderes? Weiß nicht. Also bis jetzt habe ich noch nichts besonderes gesehen oder gefunden. Was ist da hinten? Ich flimm jetzt mal hier hinten ran. Ne, hier scheint nichts besonderes zu sein. Hier ist glaube ich schon. Ich dachte, da wäre was gewesen. Also ich sehe hier nichts besonderes. Nö. Mal wieder die Mutantenrüstung ablegen. Wow. Ja, auf der anderen Seite ist auch bloß nix. Warum kann man denn hier runter? Nein. Das ist totaler Schwachsinn eigentlich. Dann lässt man doch die Seile nicht zurück, oder? Ne, eigentlich nicht. Was ist denn das? Ich habe hier so rote Punkte hinten irgendwie. Wenn ich im Wasser bin. Die Höllen Augen. Hier liegt was. Auf der Brücke. Oh, ich bin unterwegs. Ein Bein fehlt noch und der Kopf. Aber das ist wieder ein Roboter-Teil. Ja. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Okay. Okay. Wie können wir uns durchquetschen? Ja, wenn wir nicht. Ich bin so bei dir und ich bin mir. Noch eine Tür. Noch eine Tür, ja. Wollen wir uns hier was zu speichern? Ja, würde ich sagen. Lass uns erst mal speichern. Essen am besten auch. Ja, ich habe wieder das Problem mit dem Shelter. Wird bestimmt wieder irgendwann irgendwie umgesetzt. Ja. So, ich mach mal hier ein Feuer. Und hau uns hier was zu essen drauf. Kannst du ein Shelter bauen? Ne, mir gibt's nicht. Ja, mach ich. Shelter. Geh mal da weg, wo du stehst. Ach, nee. Da ist glaube ich was gekommen. Ich hab da doch was gehört. Bist die die denn? Ja, deshalb lieber erstmal speichern. Und was futtern. Yummy, yummy. Hast du schon gegessen? Ja. Yummy, yummy. So, dann was trinken. So, dann den Bogen rausholen. Na? Da liegt noch was drauf, glaube ich, oder? Ne, bei mir nicht. Ne, bei mir nicht. Ah, ne, das ist ein Fisch, den ich nicht draufliegen könnte. Ah, okay. So. Ja, dann würde ich sagen. Komm her, du Arsch. Jo. Ich sehn. Und es ist Nacht. Wo? Ups, ich hab da neben mir geschossen. Oh, der Bogen macht bestimmt auch um einiges mehr Schaden. Weiß ich nicht. So, den haben wir. Der brennt auch. Der hat nen Pfeil von mir in sich. Oh, ich glaub den hab ich grade aufgehoben. Was? Hehehe. Tja, Junge. Wir häuten jetzt erst mal deinen Kollegen. Ja. Uuuh. Geh doch kaputt, Mann. Jo, wicke mir mal zu. Ahoy. Hehehe. Hehehe. Ich wollt grad sagen, was wir... Oh, ey. To-do-Liste wieder? Bei mir nicht. Warte mal. Mal gucken, was hier so ist. War voll geil hier. Von unten nach oben gucken. Mach mal. Voll geil. Helikopter. Helikopter. Schrapp, schrapp. Was ist das denn? So normalerweise. Bei Hilly-Billies? Wow, da ist ein dicker. Rechts von mir. Oh, ja. Zwei. Zwei. Ich geh nur ein. Ich geh erstmal die Hilly-Billies hier unten machen. Sag mir, wenn da was dickes kommt, bitte. Alles. Okay. Okay. Komm. Bist du down? Nee. Der eine nicht mehr. Wo ist er? Der faucht mich an. Er hat doch wohl ne Mankgebettyp. Wuh. Wow. Okay, dann musst du den. Na, hier gibt's bestimmt irgendwie was, was man sich angucken kann. Willst du mir auch angucken? Mach Hiete! Brauch Licht. Voll geil, Helikopter. Was? Hup, schraub, schraub. Mach die. Hier ist noch ein Zahn. Ich muss noch ein paar Pfeile wieder machen. Kann man sich den nix heute angucken? Ich bin im Heli drin. Ich bin im Heli drin. Raus. Komm schon raus. Wow. Ich bin im Heli gefangen. Nee, oder? Ja. Okay. Oh, Gott so dank. Machete. Voll geil. Machete. Machete. Die kann man mit was? Machete. Vergiftete Waffen kann man da draus machen. Okay. Okay. Das kannst du aus Süderwaffe. Okay. Komm, geh da hoch. Was gibt's hier? Ui. Okay. Fettsäcke. Ich bin hier auch hoch. 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 Alter, das hat Dünge... Und mit dem Bogen ist ja wieder ein neues Erlebnis, ey. Burning Man. Oh oh. Ja, Decker, schön. So, was ist los, Junge? Ist dich schon am Leuchten, ja? Oh, er war gut am Leuchten. Gib uns Deine Haut, wir passen uns Euch an. Laufen wir doch jetzt hier... Ja, da ist einer. Warte mal, wie haben wir denn hier so einen Rückweg? Okay. Ich schieße. Ich habe getroffen, ich will weg. Ich komme leider nicht hoch, ich bin zu fett. Hallo? Wo bleibt er denn? Hallo? Ganz ruhig. Wo ist er denn? Bitte, fall um, bitte fall um. Fall um, bitte fall um. Dankeschön. So, dann haben wir den auch schon mal, den Drecksack. Ja. So, dann mal gucken, ob es hier was zu looten gibt. Das war wieder ein Holzbrett. Hier ist ein Knochen. Hier ist ein Knochen. Hier ist ein Knochen. Was haben wir denn hier oben? Da haben wir wieder einen dicken. Und mehrere kleine. Sollten wir doch bestimmt von hier aus treffen, oder? Oh, der Bogen, der geht voll ab, ey. Wo ist denn der? Bitte mit hier ab. Jawohl, zwei getroffen. Zwei brennen. Einer ist down. Noch. Komm, du gehst doch nicht mal auf down jetzt, oder? Jawohl, der geht auch down. Wo ist denn der andere jetzt? Der dick ist hier bei mir. Habe ich? Betroffen? Mein ich. Komm, fall um. Der muss doch rumfallen. Der lebt immer noch. Komm, jetzt aber. Jawohl. Gib uns deine Haut. Denken. Warte mal hier drin. Oh, hier, Flair Gans. Knochen. Hier haben wir gar nichts drin. Auch nicht. Hier sind Platinen. Ja. Hier war jetzt einfach gar nichts, oder was? Nö, hier war irgendwie gar nichts. Ein bisschen so zum Aufstocken wieder und das war's. So, wie es aussieht. Ach, ich habe kein Klebeband mehr? Scheiße. Brauchst du Klebeband? Ich habe neun Stück. Bin ja auch was. Geht jetzt hier weiter. Ja, hier wahrscheinlich in dem Wasser. Ich guck noch mal kurz hier rum, ob ich hier noch irgendwas anderes finde. Sieht aber nicht danach aus. Oh, meiner hat wieder Hunger. Meiner hat wieder Hunger. Mal ein, zwei Snacks. Jawohl. Ja, wir müssen wahrscheinlich ins Wasser. Oha. Sollen wir? Ja, warte. Ja. Ja, hier. Oh. Einmal hier drücken. Oh, ich dachte, das wäre voll tief. Direkt in der Mitte warst du. Hätte ich fast mit dem Körper auf die Steine hier gewaltt. Und jetzt? Weiter runter. Oh, das ist glaube ich ein langer Weg. Oha. Und ich habe glaube ich, ne, ich habe keine volle Flasche gehabt. Hoffentlich reicht das mit. Ich habe eine halbe Flasche. Es muss reichen. Es muss reichen. Oh, das ist echt ein langer Weg. Keine Ausdauer mehr. Obwohl, hier geht es ja schon wieder hoch, so wie es aussieht. Ja. Aber ich habe gerade keine Ausdauer, deshalb fühle ich mich ein bisschen langsamer. Ach, jo, wir sind oben, wir sind oben, Gott sei Dank. Was haben wir hier? Hier liegt was. Ja, ich muss erstmal hier diese Wärme-Dingens wieder anziehen. Vielen Dank.